Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen hier in der Geek Talk Daily 274. Am 21. Dezember 2017, Donnerstag, hört ihr die folgenden News. Zum einen Passwörter, Google Chrome, Geldautomat, Playstore-Richtlinien, Seagate-Festplatte, LTE bei Swisscom, Magic Leap, Apple Park, ein neues Patent und Vivo, wie man es auch immer ausspricht. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, das ist die erste Aufnahme, die ich jetzt auf einem Windows-Rechner mache, für die Daily-Aufnahme. Kurzen kleinen Disclaimer, wer mag auf diesem Instagram, Poughkeepsie Network, Link steht natürlich bei uns in den Shownotes auf daily.kiktok.ch, da habe ich das Ganze verlinkt. Gestern Abend habe ich eine kleine, wie heißt es schon wieder, Instagram-Story darüber gemacht, wie ich das auf diesem Device umsetze. Und ja, wenn ihr das jetzt hört, scheint es geklappt zu haben. Alles made on Windows. Kommen wir zu den Themen. Ein alljährliches Thema, wie immer, sind wieder die Passwörter. Ende des Jahres gibt es diverse Studien, welches die meistverwendeten Passwörter des Jahres waren. In den letzten Jahren waren das ja eigentlich immer so ziemlich die gleichen und ja, ich kann es euch gleich wieder sagen, so viel hat sich da nicht geändert. Auch wenn wir, alle unseren Hörern immer wieder sagen, dass sie doch sichere Passwörter nutzen sollen. Und wir gehen ja stark davon aus, dass ihr diejenigen seid, die das Ganze geändert haben. Zumindest ist auf Platz 1, ja, nicht mehr 1, 2, 3, 4, sondern really creative. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mein Gott, sechsstellig. Warum nicht? Passwort, als Passwort, kommt dann auch gleich auf zweiter Stelle. Und so weiter und so fort. Admin Login, QWERTY, Welcome, etc. Und solche Dinge, I love you, Master, gehören da in die Top 20 rein. Welche Passwörter habt ihr schon genutzt von denen? Ich hoffe doch ganz stark keines. Link dazu bei uns in den Shownotes natürlich. Dann, gestern habe ich euch ja erzählt, dass der Google Chrome mit einem kleinen Installer-Geschwür, Entschuldigung, App im Microsoft App Store gelandet ist. Und dass die dann Microsoft auch ziemlich schnell wieder entfernt hat. Mittlerweile haben sie sich gemeldet, weshalb sie das getan haben. Ganz einfach, weil so ein Installer-Dings gegen die Richtlinien von Microsoft verstoßen. Dennoch, weshalb das Ganze dann durchgegangen ist, in erster Instanz, ist schon speziell. Aber ja, sie haben auch gleich Google die Lösung gegeben, sie können ja einen Browser programmieren, der eben da drauf läuft, auf Windows S. Und dazu muss man, Apple es grüßen, die Engine vom Betriebssystem nehmen. In diesem Fall ist das der Edge-Browser. Mal schauen, ob das Google macht. Aber auch natürlich andere Hersteller, die da Browser basteln. Die nächste News sind eigentlich grundsätzlich positiv. Eigentlich und grundsätzlich, weil es wird nicht sofort umgesetzt, sondern irgendwann Mitte 2018, 2019 und sogar 2020. Aber warum geht es eigentlich? Google möchte die neuen Features, die Android zu bieten hat, besser durchdrücken, damit auch alle Nutzer davon profitieren können, sofern sie das Möglichkeit überhaupt haben, vom Betriebssystem her. Und deshalb muss man in neuen Apps ab Mitte nächsten Jahres gewisse API oder besser Schnittstellen mit integrieren. Unter anderem darf man dann auch zusätzlich, oder mittlerweile darf man dann auch auf 64-Bit-Software setzen, also Apps setzen. Über kurz oder lang werden 32-Bit-Apps somit aussterben. Eigentlich, wie es eigentlich schon bei Apple war, im letzten auf dieses Jahr. Und da hat es ja doch die eine oder andere App erwischt, die dann rausgeflogen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das im Play Store doch deutlich mehr Apps sind, weil ja da die Hürde zum Programmieren deutlich geringer ist. Zumindest auch mit dem Account und kein Geld etc. In der Schweiz, genauer gesagt bei Swisscom, hat man jetzt die ersten 11 Städte auf LTE mit 1 GB Durchsatz pro Sekunde aufgerüstet. Also neben den 11 Städten sind noch 15 Swisscom-Shops, die zusätzlich solche Dinge haben. Zürich, Bern, Genf, Basel, Lausanne, Lugano, St. Gallen, Luzern, Sitten, Chur und Freiburg gehören dazu. Und es gibt insgesamt 12 Smartphones von diversen Herstellern, die die neue Geschwindigkeit unterstützen. Bis im Jahre 2020 soll man dann soweit sein, auf 5G umgestellt zu haben. Zumindest in 30% der Schweizer Bevölkerung soll das bis 2018 soweit sein, damit man 1 GB hat. Die 10 GB, respektive sogar 20 GB, eben die man vom Jahre 2020 dann über den neuen Mobilfunkstandard 5G betreiben kann, soll nach und nach ausgebaut werden. Und ja, generell ist in der Schweiz die Abdeckung, das hatten wir auch im Mutterpodcast vom Geek Talk, schon sehr, sehr hoch. Also hoch, man bekommt da doch schnell rechte Datenbreite, Datenbandbreite geliefert. Da darf man nur hoffen, dass andere Hersteller oder die anderen Provider auch danach greifen, damit wir dann alle auf diese schnellen Zugriffszahlen zugreifen können. Mein Gott, Wörter, schwierig am Morgen. Getrennte Köpfe sollen die HDD-Leistung verdoppeln. Bei CJ arbeitet man aktuell als sehr stark an zukünftigen Hammerfestplatten. Das Ganze sind eigentlich drehende Platten, die eben nicht nur einen Abtastkopf haben, sondern zwei, die dann parallel arbeiten können. Und dadurch soll deutlich mehr oder deutliche Geschwindigkeitssteigerungen stattfinden. Wie immer kommt das zuallererst natürlich im Serverbereich und dann später auch bei uns im normalen Consumer-Bereich. Wir dürfen somit hoffen, dass das möglichst schnell der Fall ist. Dann gehen wir über zu Magic Leap. Ein Projekt, das vor einigen Jahren mal ein bisschen für Furore gesorgt hat. Jetzt hat man doch einige Jahre an Forschung und auch einiges an Geld gebraucht. Doch Mitte 2018 will man soweit sein und sehr leichtes und, ja, ich will jetzt nicht sagen stylisches, aber ein gestyltes Brillenteil rauswerfen, das eben auf Argument Reality setzt und zusätzlich gibt es auch einen Minicomputer, den man rumschleppen darf, wo das Ganze dann berechnet wird und einen Controller, über den man das Ganze steuert. Ja, wir warten ja schon lange auf das Produkt. Wir dürfen gespannt sein. Ich glaube es dann erst, wenn es da ist und bin dann gespannt, wie kostenspielig das Ganze sein wird. Es gibt ein neues Video vom Apple Park. Mittlerweile sind ja relativ viele Mitarbeiter von Apple da schon drin. Draußen rundherum gibt es noch ein bisschen was zu tun. Nicht mehr allzu viel. Was genau, das könnt ihr in dem von uns verlinkten Video am besten gleich selber anschauen. Dann zu guter Letzt habe ich noch die Geschichte mit einem neuen Apple-Patent. Und das Ganze dreht sich um Face ID. Face ID kennt ihr vom neuen iPhone X. Freischalten über Gesichtserkennung. Das soll, will auch auf den MacBooks und dem iMac kommen in näherer Zukunft. Zumindest so sagt es ein Patent. Ob das Ganze dann umgesetzt wird oder wirklich umgesetzt wird, werden wir noch sehen. Wer das auf dem iPhone X schon mal genutzt hat, wird das sicherlich auch auf dem MacBook respektive auf dem iMac nutzen wollen. Und dann, letzte News, stimmte nicht ganz. Eine habe ich noch. Nach dem Tidal-Title und was war das andere noch? Irgendwas von Google? Nee. Sonst so eine Videomusik-App auf dem Apple TV gelandet ist, ist jetzt auf Wevo dran. Und die bringt aktuelle Musik, die bringt Trailer, oder nicht Trailer, sondern Musikstücke eben in Videoform auf eure Apple TV. Wer schon mal auf YouTube nach einem aktuellen Song oder auch nach einem älteren Song gesucht hat, landet vielfach auf dem Wevo-Kanal. Vivo, wie man das auch immer ausspricht. Und kennt das sicherlich davon, also wer mehr Musik geniessen möchte, hat jetzt noch mehr Möglichkeit auf der Apple TV. Ich werde mir die auf jeden Fall mal runterladen, denn meine Mädels, die schauen sich gerne Musik an und hören sich gerne Musik an über YouTube und landen eben auch da immer wieder mal auf diesem Wevo-Kanal. Ja, jetzt bin ich natürlich richtig gespannt, ob das Ganze geklappt hat, hier mit der Aufnahme und alles drumherum. Und euch wünsche ich einen erfolgreichen Donnerstag. Wir hören uns morgen nochmals am Freitag und dann geht es dann auch schon ins Wochenende, respektive sogar in Richtung Weihnachten. In diesem Sinne, geht noch Weihnachtsgeschenke shoppen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Habt einen schönen Tag und bis morgen. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.